Willkommen zur neuesten Radio-Fotra-Episode vom 13. bis zum letzten dieses Monats, auch wenn dieses Video veröffentlicht wird, wenn der 13. schon vorum ist, mal wieder genial geplant von mir. All according to Kaikaku und deswegen beginnen wir, obwohl er schon vorbei ist, mit dem 13.9. Der Natalie Portman, Julian Moore Joint Venture Film May-December, tatsächlich schon länger veröffentlicht. Ich glaube irgendwie seit Ende 2023, Netflix-Produktion, die jetzt tatsächlich einen DVD-Only-Release bekommen wird. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, kurz über diesen Film zu reden, da ich ihn im Rahmen dieser Radio-Fotra-Episode tatsächlich gesehen habe. Ich war tatsächlich interessiert, diesen Film zu sehen, einen anderen auch noch, da kommen wir dann drauf zu sprechen. Und es war ein Desaster. Leute können sich ja gerne meine etwas kürzer und pointierter gefasste Letterboxd-Kritik dann durchlesen. Kurz Zusammenfassung hier, ich war absolut erstaunt, dass das kein Sofia Coppola-Film war. Man hätte meinen können, es wäre einer gewesen. Tatsächlich kommt dieser Film von einem Regisseur, den ich immer nur so peripher wahrnahm. Der heißt Todd Haynes, hat einen Film gemacht mal mit Julian Moore. Also auch Julian Moore. He is far from heaven. Leute haben vielleicht mal das Poster gesehen. Ich wage zu bezweifeln, dass irgendjemand diesen Film jemals gesehen hat. Er hat lediglich 50.000 Votes auf IMDb. Ein eventuell anderer Film, den Leute auch mal wahrgenommen haben. Könnte vielleicht sein I'm Not There. Das war der Film, wo Cate Blanchett Bob Dylan gespielt hat. Und das war, glaube ich, auch irgendwie, da war, glaube ich, Cate Blanchett für einen Oscar nominiert oder whatever. All seine Filme verlieren sich in der totalen Belanglosigkeit, retrospektiv in der heutigen Zeit. Und ja, May, December versucht so unbedingt ein super mega kontroverser Film zu sein und versucht es in die belangloseste Form von Cinematografie zu packen, die du je gesehen hast. Ich meine, ich kapiere schon, was dieser Film versucht zu tun. Er versucht für uns zwischen sozial groteske Situationen in praktisch alltägliche Mondanität zu verpacken. Achso, da haben wir jetzt wieder das Problem, dass Mondan im Deutschen nicht das gleiche bedeutet wie Mundane im Englischen. Ich hoffe, Leute wissen, Belanglosigkeit. Ja, das ist eigentlich für uns generell verstörende Themen, wenn wir uns die Zusammenfassung jetzt nur auf Wikipedia durchlesen würden oder anderswo nur geschrieben. Aber der Film präsentiert es uns in einer belanglosen Alltäglichkeit, dass das irgendwie verstörend wirken soll. Was es hauptsächlich tut, ist, den Film einfach stinkenlangweilig zu machen. Es sind halt total komische, so fast schon Comedy-Sitcom-artige White Shots, in die das Ganze gefasst ist. Die Figuren unterhalten sich ohne Dynamik in den Szenen, ohne irgendwie untermauernden Score, wie irgendwelche desozialisierten Roboter. Und ich muss sagen, wenn es nicht für das eigentliche Thema gewesen wäre, ich habe es mit Blut und Schweiß gerade so geschafft, diesen Film mir komplett anzuschauen. Wenn auch mit ein bisschen anderen Sachen, die ich dann nebenher gemacht habe, weil, sorry, so ein Schrott kann nicht von mir erwarten, absolute Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, ich hätte dem Ding eine 2 von 10 gegeben, wenn es nicht für das grundlegende Thema gewesen wäre. Das will ich dem Film tatsächlich lassen. Ähm, das einzig Interessante ist halt nun mal, dass es darum geht, dass Julian Moore, ähm, ein reißerischer Tabloid-Artikel damals generierte. Also, es wurde einer generiert zu ihrem, weil sie irgendwie mit 36 Jahren irgendwie in einem Pet-Shop, äh, Sex mit einem 13-Jährigen hatte. Und das war irgendwie eine große Tabloid-Story und da soll jetzt ein Film dazu gemacht werden. Und, ähm, tatsächlich haben die beiden dann, äh, ein Kind bekommen und geheiratet. Und, weißt du, okay, fine. Okay, fine. Das war wenigstens minimal interessant. Der Film hat keine interessanten Möglichkeiten gefunden, das zu verpacken, aber okay. Ähm, die Message war per se gut, ähm, die Abstrusität, ähm, und teilweise Monstrosität, äh, dieser Situation, ähm, zu beäugen. Äh, vor allem die Situation dieses, äh, dieses damals 13-jährigen Jungen, äh, hauptsächlich zu fokussieren. Ähm, das war interessant. Auf der anderen Seite hast du aber dann halt wieder so Aspekte, dass der Film versucht, wie, wie so ein, so ein vierjähriges Kind, das versucht seinen ersten Aserbian-Film zu schreiben, ähm, dass dann, oh, und dann, natürlich schläft dann auch Natalie Portman mit ihm, weil, so, Drama! Das ist einfach, es ist so dumm, es ist so kindisch, es ist so, einfach, es ist so, es, der Film insistiert so sehr auf sich selbst. Das ist, das ist jetzt aber kontrovers. Das ist, du sitzt halt da, bored out of your mind und sagst dir, well, is it? Ähm, und, furchtbarer Film, fast zwei von zehn Punkten, ähm, ich werde ihn nicht in die Top-Flop dieses Jahr nehmen, weil technisch gesehen existiert der Film seit längster Zeit, schon seit letztem Jahr. Ähm, Leute sollen nur gewarnt sein vor May, December. Ähm, 19.9. hingegen, äh, kommt, äh, Late Night with the Devil sogar auf 4K, ähm, was natürlich eine schöne Sache ist. Und wir haben schon so viel gesagt zu Late Night with the Devil, ähm, dass ich mich nicht großartig wiederholen möchte. Ähm, ich möchte zu Late Night with the Devil lediglich angemerkt haben, dass es einer der rein technisch, also von einem rein technischen Standpunkt her, interessantesten Filme dieses ganze Jahr ist. Ähm, also es lohnt sich wirklich, diesen Film mal gesehen zu haben. Also wer interessiert daran ist, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, ähm, also Filme zu, äh, Filme zusammenkommen zu lassen, als Gesamtexperience, als etwas anderes als deinen typischen Hollywood-Film. Welche anderen technischen Möglichkeiten gibt es, dich andere Dinge fühlen zu lassen, äh, Film etwas anderes sein zu lassen, als was du es gewohnt bist. Leute, die an solchen technischen Aspekten interessiert sind, äh, finde ich, sollten diesen Film unbedingt mal gesehen haben. Ähm, ich war, ähm, sehr, sehr positiv überrascht von diesem Film. Er ist leider nicht gut. Das Problem ist, alles, was in diesem Film passiert, ist stinkend langweilig. Ähm, die technischen Aspekte und das Acting ist absolut fucking amazing. Aber inhaltlich ist es ein solcher Stinker, der Film. Es ist echt brutal. Und, ähm, wir unterhalten uns dann sicherlich, ähm, aber am Ende des Jahres dann nochmal über diesen Film, ähm, so derweil nur eine generelle, ähm, Empfehlung von mir seitens dessen, dass man, wenn man, wie gesagt, an so der Historie von Filmen interessiert ist, wenn man technisch daran interessiert ist, was kann ein Film in der heutigen Zeit eigentlich noch alles sein, ähm, dann unbedingt gucken das Ding. Ähm, Maxine mit 3X. Hoho, do you get it? Ähm, diese komische Mia Goff-Trilogie-Ding, äh, kommt jetzt nach, ich glaub, nachdem es vor zwei Monaten im Kino rauskam, jetzt schon auf DVD und Blu-ray raus. Also das sind alles so Releases, wo ich mich dann echt frag, warum kommen die überhaupt noch ins Kino raus, weil, dass dieser Film jetzt ein Box-Office gehabt hätte, das wäre jetzt eine krasse Übertreibung gewesen, ähm, ja, ich mein, keine Ahnung, also Mia Goff ist anscheinend für ein Appel und ein Ei zu haben für solche Produktionen, äh, weil ich muss wohl irgendwie davon ausgehen, dass die Dinger irgendwie Geld machen und, ähm, ja, ich werd diesen Film nie sehen, ich habe seine zwei Vorgänger gesehen, die beide sehr, sehr underwhelming waren, also, äh, 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 jetzt weiß ich den, also X und, ähm, ich, das war, ah Gott, ich, ich müsste nachgucken, äh, Pearl, jetzt bin ich selber draufgekommen, Pearl, ohne nachzugucken, ja, äh, ich fand die schon ziemlich furchtbar und underwhelming, deswegen werd ich mit denen jetzt ganz bestimmt nicht gucken, aber ihr könnt ihn jetzt kaufen. Ähm, 20.09. bekommen wir einen, äh, Blu-ray-only-Release, so wie es aussieht, zu First Reformed. Ähm, sehr, sehr stranger Release und sehr, sehr stranger Film, indessen, dass der Film, äh, sieben Jahre alt ist und, äh, jetzt erst seinen ersten Release überhaupt bekommen hat, keine Ahnung, wie solche Dinge passieren und, ja, äh, auch First Reformed habe ich versucht mir anzuschauen im Rahmen dieses, äh, Radio Forger Videos und ich hab's nicht geschafft, ich musste nach einer halben Stunde ausmachen, ähm, ich hab dann halt noch rumgeskippt und, äh, der Film ist echt ein absoluter Totalausfall. Ähm, ist ein Paul Schrader Film, ähm, ich weiß nicht, wenn ich diesen Namen äußere, wie viele Leute da Bescheid wissen, Paul Schrader war also hauptsächlich für das Skript verantwortlich, für Taxi Driver und Raging Bull, ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt auch überhaupt Raging Bull kennen, auch ein Martin Scorsese Film zu relativ zeitnaher Zeit zu Taxi Driver, äh, auch mit, ähm, einem Boxfilm in dem Sinn, auch mit, ähm, auch mit, ähm, äh, Leonardo DiCaprio wollte ich jetzt schon sagen, Robert De Niro, ähm, und, ja, äh, Paul Schrader hat auch relativ unerfolgreich darüber hinaus versucht, als eigener, ähm, Regisseur tätig zu sein, also schon seit Jahrzehnten, ähm, und das ist, es ist halt, äh, es ist halt, es ist ein so peinlicher Versuch, noch irgendwie Relevanz zu insistieren, ähm, es ist halt, oh, du hast einen Priester und, und Glauben und irgendwie einen durchgeknallten Environmentalness-Protester, der sich dann selber irgendwie die Rübe mit einer Shotgun wegbläst und es ist halt meine Fresse, weißt, es ist so, es ist so ununterhaltsam, es ist so schlecht gefilmt, alles ist auch in so einem weirden White-Shot-Comedy-Sitcom-Sketch gefilmt, das ist so weird und als der Typ dann da liegt mit seiner weggeblasenen Birne, du weißt nicht, ob du, ob du lachen sollst, weil es so hirnrissig und dumm ist und so schlecht geactet oder weinen, weil der Regisseur wirklich meint, das ist jetzt, das hat jetzt Impact, die Szene, es ist, es ist grotesk, es ist ein absolut grotesker Film, aber ich, äh, kann ihm keine Wertung geben, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, hätte ich das Ding gepackt bis zum Ende, ich glaube, ich hätte ihm eine Eins von Zehn gegeben, ohne Scheiß, es ist, es ist, es ist Nutz, was für ein Schwachsinn dieser Film war, aber wie ich bereits sagte, ich habe ihn nicht komplett gesehen, deswegen darf ich ihm auch keine Wertung geben. Insofern kommen wir zu, mit Abstand, äh, dem größten Termin, ähm, diesen Monat, das ist der 26.09. mit, äh, Despicable Me 4, ähm, was dann, wenn ich das korrekt sehe, der sechste Eintrag in dieses Franchise ist, also wir haben jetzt vier von diesen Despicable Me-Dingern, ähm, ich habe dann ab dem dritten Teil aufgegeben und ich glaube zwei Minions-Filme, ähm, ist ja auch egal, das Ding hat fast eine Milliarde Dollar gemacht, ähm, und es ist halt, ich kann, ich kann's nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt keine persönliche Vendetta gegen Despicable Me, also das Franchise, ähm, ich muss sagen, ich, also der erste Film ist fein, Minion 1 ist nett und mehr kann ich diesem Franchise nicht geben, es tut mir leid, es ist mittlerweile einfach, es ist ausgehöhlt, es ist entnervend, ich habe keine Ahnung, wer sich das Zeug anguckt, ähm, das, das Box-Office ist, ist wild, ähm, und es ist jetzt auch nicht zwingend irgendwie eine Besonderheit zu erkennen, also dass ich irgendwie sage, oh, der Film hat irgendwie die Megakohle in China gemacht, nee, 50 Millionen in China, das ist jetzt nicht, das ist jetzt definitiv gut, nicht, dass wir uns sehr falsch verstehen, aber, äh, aus China gibt's zum Teil auch andere Zahlen, ähm, das muss man jetzt ganz klar sagen, also die Zahlen sind jetzt in etwa auf einem Level, jetzt mit der UK beispielsweise, ähm, also das, ja, es ist einfach all around the world ging dieser Film gut und ich habe legitim keinen Plan warum und ich werde mich auch nicht anschauen. Ähm, kommen wir zu Bad Boys 4, ähm, tatsächlich dann zu dieser Gegebenheit auch auf, äh, 4K Blu-Ray, Bad Boys Ride or Die, hat noch 400 Millionen Dollar einfangen können, ich habe auch absolut keinen Plan warum, ich meine nicht, dass das jetzt Bäume ausreißen würde, aber es ist trotzdem, es ist, es ist bizarr, es ist bizarr. Äh, Riesenhit in Saudi-Arabien, da darf jetzt jeder seine eigenen kulturellen Schlüsse ziehen, gehe ich mal davon aus, äh, Saudi-Arabien und Mexiko, äh, haben hauptsächlich zum, äh, Box-Office dieses Films beigetragen, ähm, ähm, ja, wie gesagt, äh, jeder, jeder darf da jetzt seine eigenen rassistischen Schlüsse daraus ziehen, und, ähm, ja, äh, auch ein Film, den ich mir, äh, absolut nie im Leben anschauen werde, ähm, machen wir weiter mit, äh, Boy Kills World, ähm, Teil der illustren, äh, Skarsgård-Dynastie, äh, Bill Skarsgård, ähm, den man eventuell als Pennywise kennt aus den neuen It-Filmen, äh, beziehungsweise der Bösewicht aus, äh, John Wick 4, ähm, das nur mal so ein bisschen was zu nennen, und, ja, äh, Boy Kills World, äh, ich hab den Trailer gesehen, und auch wenn er definitiv jetzt nicht, äh, schlecht gemacht aussah, der Film, äh, war es, um es in voll hipper Jugendspeech mal auszudrücken, jo, äh, cringe, war voll cringe der Film, oder zumindest der Trailer, ähm, und ich, äh, werde vermutlich, ja, mir das Ding nie anschauen, ähm, es war mir einfach, es wollte zu sehr hip und cool sein, ähm, hat nicht wirklich ganz verstanden, also, sofern ich eben nach den Trailern gehen kann, äh, hat nicht wirklich ganz verstanden, was eben solche vielleicht ähnlichen Produkte wie beispielsweise, äh, Snowpiercer interessant gemacht hat, es ist halt, ich mein, for all intents and purposes ist es ja eigentlich nur ein, äh, Remake des Arnold Schwarzenegger Films, ähm, Demolisch, äh, äh, nein, Demolition Man, das war was anderes, äh, Demolition Man, das war was mit, äh, das war was mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes, äh, nein, was ich sagen wollte, ähm, es ist sehr, äh, reminiscent in Richtung Running Man, ja, es ist eigentlich praktisch nur ein Remake jetzt von Running Man, soweit ich das verstehen konnte, und ja, gut, ich mein, okay, wer, wer der Meinung ist, sich den Film anzugucken, ähm, ein Film ja, das ja eh schon überladen ist mit solchen Filmen, die nicht funktioniert haben, wie beispielsweise Fall Guy, den ich auch immer noch nicht gesehen hab, ähm, ja, hatte dieser Film einfach keine Chance, ähm, weiterer Film, äh, Daydreams, äh, da haben sie mal wieder einen Shortcut, äh, genommen im Deutschen, was ich ja dann auch immer, ähm, absolut, äh, lächerlich finde, wenn du dann, äh, nicht den original englischen Titel nimmst, sondern einen anderen vereinfachten englischen Titel, sowas, ah Gott, I hate it, ähm, weil eigentlich heißt der Film, äh, Sometimes I Think About Dying, ähm, ist ein Daisy Ridley Vehicle, und auch wenn ich diesen Film nie sehen werde, weil er schaut nach absolute Arzi-Farzi-Scheiße aus, ähm, finde ich das sehr schön, wenn du solche Leute hast, wie jetzt Daisy Ridley oder auch, äh, John Boyega oder was auch immer, und weißt du, mega Superstars und Hammer-Blockbuster, Milliarden-Dollar-Box-Office-Star Wars, und dann können sie tatsächlich richtig schauspielern in Filmen, die irgendwie gefühlte 20.000 Dollar kosten. Ich find sowas toll, ich find sowas toll, auch wenn ich, auch wenn ich die Filme dann vielleicht nicht mögen mag, aber ich find das super, ich find das, ich find das ganz, ganz toll, ähm, dass das sowas machbar ist, ähm, dass, dass hoffentlich dann solche Schauspieler auch solche Gigs zu schätzen wissen und sich da austoben können, und ich find sowas klasse, ich find sowas richtig, richtig klasse. Und, ähm, du, vielleicht, um ganz ehrlich zu sein, vielleicht schau ich sogar mal irgendwann in diesen Film rein. Also, er sieht jetzt, es schaut mir jetzt so nach typischem, so Spike Jones oder John Z, oder wie auch immer du den aussprichst, Quatsch aus, so Andy Kaufman-Sachen, ähm, nee, tatsächlich hat er den Film nicht geschrieben, ähm, aber, ja, du, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht guck ich vielleicht sogar mal rein, weil, wie ich bereits sagte, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, wenn, ähm, ja, wenn sowas auch noch möglich ist in der heutigen Zeit mit solchen Schauspielern. So, dann eine einzige, äh, Videospiel, ähm, eine einzige Videospielplatzierung dieses Jahr, äh, dieses Jahr, nein, 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 nur diesen Monat, ähm, Zelda Echoes of Wisdom. Für die Switch natürlich exklusiv, wie sollte es anderes sein, ähm, ich hab's nicht kapiert. Äh, ich hab mir den Trailer angeschaut, äh, den Trailer wieder von einer der, ähm, Nintendo Connected, oder wie sie es nennen, ähm, und ich, ich hab's nicht verstanden, ich hab nicht verstanden, was dieses Spiel sein soll, ob es jetzt ein neues, vollwertiges, äh, Zelda ist, das auf die Engine des Link's Awakening-Spiels zurückgreift, also das Remake, oder ist es ein ursprünglich irgendwie als Minigame geplantes Adventure gewesen, das dann aufgeproppt wurde zu einem, in Anführungsstrichen, vollwertigen Spiel, weil ich mein, wir hatten ja mit einigen Mario-Produkten das zum Teil auch schon, also, ähm, es gab ja verschiedene Princess Peach Games, die waren offensichtlich keine vollwertigen Spiele, sondern das war mehr so eine Form von praktisch Minispiel-Sammlung, die dann halt, äh, aufgeproppt und aufgeproppt wurde und vielleicht noch ein Level und dann können wir's vielleicht irgendwie als vollwertiges Spiel raushauen. Ähm, ich kann nicht wirklich sagen, ähm, was das hier ist, äh, wie ich bereits sagte, der Trailer hat einen ganz, ganz schlechten Job gemacht, mir das zu erklären. Ähm, vielleicht war es auch gar nicht das designierte das Ziel von Nintendo, mir das zu erklären, sondern, hey, Zelda, kauft Zelda! Und, ähm, ja, I, I don't fucking care, ich hab keine Switch, I don't, I don't give a shit. Ähm, am 27.09, äh, ich möcht's nur kurz erwähnt haben, Stockholm Bloodbath, ähm, auch vielleicht ein Film, wo ich irgendwann mal dazukomm, reinzugucken. Ähm, dieser Film, also, ist eine, eine nordische Produktion und versucht so eine Art, also, soweit ich mir das zusammenreimen konnte, weil ich meine, er hat diese, diese, diese Pulp Fiction-artigen, so Einblender mit dieser total übertriebenen, äh, so Outliner-Schrift in Rot-Gelb und versucht irgendwie so eine Art, so, äh, Django Unchained zu sein in der Zeit der nordischen Kriege. Also, ich geh mal, also, ich hab jetzt nicht extra nachgeguckt, wann, aber ich geh mal davon aus, im 80-jährigen und oder 30-jährigen Krieg, also Dänemark, Norwegen gegen Schweden, ähm, und ich mein, okay, das ist zumindest, das wär vielleicht eine interessante kulturelle Erfahrung der Film, ähm, vielleicht guck ich mir mal an, also, es war auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall kalt erwischt, der Film, also, es sah zumindest mal nach was anderem aus. Und, äh, insofern kommen wir jetzt tatsächlich zu einem relativen Haufen, äh, Kinofilme, die dann noch rauskommen. Äh, das ist einmal am 19. September. Speak No Evil. Ähm, nachdem ich Leute da tatsächlich explizit gefragt haben, schaust du Speak No Evil mit, ähm, mit James McAvoy und ich hatte's jetzt eigentlich nicht vor. Also, ja, ich hab die Trailer gesehen. Also, als mich Leute nach Speak No Evil gefragt haben, war mir der Film nicht neu. Also, ich wusste dann jetzt nicht, dass der Film jetzt sonderlich interessant aussah. Ich mein, es ist halt, es ist halt ein, wie soll ich das sagen, ein Home Invasion Movie bloß umgedreht. Und, ähm, du, sozusagen, die Bösewichte sind nicht die Invader, sondern die Bösewichte sind diejenigen, bei denen du eingeladen bist. Ich mein, äh, ähm, kennt man den Regisseur irgendwo hier? James Watkins. Oh je, Eden Lake. Okay, das sagt mir zumindest. Oh Gott, und The Woman in Black. Ja, der war auch nicht wirklich gut. Hm. Ja, äh, weiß ich nicht, ob ich das brauch, um ganz ehrlich zu sein. Also, ich mein, ich lasse mir eine Option offen. Sollte dieser Film wirklich astronomisch gute Wertungen bekommen, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, ihn zu sehen. Äh, ansonsten ist jetzt mein Interesse jetzt eher gering, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist halt die, äh, James McAvoy Show und die ist sicherlich nicht schlecht, aber, äh, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das jetzt wirklich, äh, per se benötige. Ähm, nächster Film heißt bei uns im Deutschen, glaube ich, Die Fotografin oder was auch immer, äh, heißt im Original einfach Lee. Also, benannt nach, äh, der Protagonistin, War Fotografer, damals in, ich glaub, World War II. Und, äh, ja, äh, hab ich seit langer, langer Zeit auf meiner To-Do-Liste. Ähm, könnte eventuell ein Oscar-Bait-Contender sein dieses Jahr. Und, äh, ja, ich würd den gerne sehen. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, äh, den oder die Regisseurin kenn ich jetzt gar nicht. Nee, die war's. Cinematographerin für viele Sachen. Und das ist jetzt nicht ihr erster Film? Aber ich kenn jetzt keinen anderen Film von ihr. Also, ähm, okay, sie hat The Umbrella Academy. Das sagt mir jetzt auch nur, ähm, perifär was. Ähm, ja, mich hat der Film interessiert. Er hat jetzt von den lächerlich wenigen tausend Leuten, die ihn gesehen haben, keine guten Wertungen bekommt. Das ist mir wurscht. Ähm, ich find das Ding sah interessant aus und ich möcht's mir angucken. Ähm, das nur so. Äh, The Substance. Ein weiterer Film. Ähm, den ich schon seit, äh, längster Zeit, seit der erste Trailer rauskam, auf meiner To-Do-Liste hab, ähm, der bisher anscheinend jetzt auch gute Wertungen bisher bekommen hat. Äh, auch von jemandem, den ich, glaub ich, nicht kenn, Coralie Fargate, vermutlich auf 15 verschiedene Art und Weisen falsch ausgesprochen. Ach, Revenge. Der, der sagt mir minimal was, der Film. Ich glaub, ich hab's sogar mal reingeguckt. Ähm, okay, also, sie, der Name, also die Regisseurin ist mir jetzt nicht komplett unbekannt. Ähm, natürlich Star-Studded Cast. Ähm, das ist natürlich einer der interessantesten Aspekte hiervon. Ähm, und ja. Ähm, Trailer sah gut aus. Sah nach einem richtig guten Mindfuck aus. Ähm, wird geschaut auf alle Fälle. Interessiert mich jetzt auf alle Fälle mehr als Speak No Evil. Ähm, und am 26.09. ähm, haben wir einmal, ähm, Megalopolis, den ich natürlich sehen werde. Ähm, ich bin, ähm, sehr gespannt auf diesen Film. Ähm, ich kann, äh, also, ich sag's mal so. Äh, dieser Film hatte ja anfangs diese, diese Promo. Dieses Promo-Piece, wo Adam Driver fast vorm Dach fällt. Und das war, oh mein Gott, der langatmigste Nonsense ever. Und dann kamen die Trailer raus und die Trailer waren tatsächlich ziemlich gut. Und da hab ich dann gesagt, ja, muss ich unbedingt sehen, den Film. Ähm, und ich denke, ich mein, Francis Ford Coppola ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Eventuell wird es sein letzter Film sein. Ähm, ich denke, es wird ein Event. Ich möchte an diesem Event teilhaben. Ähm, ich werd mir diesen Film auf alle Fälle anschauen. Vor allem, was ich an Megalopolis äh, besonders hervorzustellen, vorzustellen hab, ist, der Film geht sehr, sehr freundliche zwei Stunden, zwanzig Minuten. Ähm, in der heutigen Zeit, wo jedes Artur-Arschloch, äh, seinen Film mindestens dreieinhalb Stunden gehen lassen muss, hätte ich das nie im Leben gedacht. Zwei Stunden, zwanzig Minuten. Das ist, das ist insane, wie kurz dieser Film geht. Ähm, das weiß ich sehr zu respektieren. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Und ja, äh, lass krachen. Ähm, aber nicht, bevor wir uns über den letzten Film unterhalten haben. Und das ist, äh, Never Let Go. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Konzept, finde ich, ist ganz interessant. Sozusagen a quiet place, aber du darfst die Schnur nie loslassen, anstatt, dass du irgendwie Geräusche machst oder so. Du darfst die Schnur nie loslassen. Mein Problem ist... Halle Berry. Ähm, Halle Berry ist das absolutes, äh, Box-Office-Gift und, ähm, bis auf wenige Neu-Iterationen ihrer Karriere, wie beispielsweise jetzt John Wick 3. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich hab eigentlich hauptsächlich keinen Bock, diesen Film zu sehen, weil Halle Berry mit dabei ist. Und, ähm, das ist sehr, sehr schade. Aber ich werde da dann eventuell irgendwie dann Wertungen abwarten und mir dann vielleicht irgendwie den Twist auf Wikipedia durchlesen und, äh, dann vielleicht eine Entscheidung treffen, ob ich ihn dann vielleicht doch noch nachhole. Das, da, da, da werden wir dann sehen. Und ja, und, äh, Leute wissen jetzt Bescheid.